Die Fernsegarten-Zuschauer übernehmen die Kontrolle über den ZDF Lerchenberg. Schuld ist dieser eine Song. Schlager, 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 das ist das Thema im Fernsegarten am 13. August 2023. Der Schlager-Festival, Fernsegarten, gehört traditionell zu den lustigsten seiner Art und so war auch schon nach einer Viertelstunde klar, wo es hingeht. Singen, schunkeln und vielleicht auch ein Schlückchen trinken. Und damit das alles auch musikalisch ordentlich begleitet wird, hat sich Kiwi gleich mal den ein oder anderen Schlagerstar in den Fernsegarten eingeladen. Anna-Karina Woitschak ist beispielsweise in Mainz am Start, aber auch Norman Langen, Linder Fell, Lukas Kordalis oder Schlager-Urgestein Bernhard Brink. Und der sorgte auch gleich mit einem frechen Spruch in Richtung Kiwi für Aufsehen. Andrea Kiewel feiert den Schlager, Fernsegarten. Was war passiert? Zusammen mit Brink, Patrick Lindner, Vanessa Neigert und Anita Keller wollte Kiwi alte Schlager-Songs erraten. Das lief auch ziemlich gut. Vor allem der Song, Marmor, Stein und Eisen bricht, von Drafi Deutscher kam bei den Quitzern wie aus der Pistole geschossen. Doch auch beim Publikum sorgte der Gassenhauer für Euphorie. Und so kam es, dass der gesamte, Fernsegarten, über die nie brechende Liebe sang, Kiwi aber erst einmal nicht weiter moderieren konnte. Das sind die Fischer Chöre, witzelte Brink. Und weiter. Das hast du jetzt davon. Kiwi scherzt über den Bayerischen Rundfunk. Doch Kiwi nahm es mit Humor. Schließlich lebt der ZDF, Fernsegarten, gerade von den Momenten, in denen nicht mehr alles unter Kontrolle zu sein scheint. Und so sang die Moderatorin fröhlich mit und lieferte sogar noch einen Funfact hinterher. Die Grammatik der Titelzeile, Marmor, Stein und Eisen bricht, veranlasste den Bayerischen Rundfunk damals, das Lied zu boykottieren. Begründung Ja, die Kiwi ist eine Rebellin. Und natürlich musste auch Brink sich einmischen. Da wurde auch noch nicht gegendet.